Ja, wie war das eigentlich mit diesen Samovila? Erzähl doch mal. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Mit der? Er hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Ja, das ist klar, warum nicht? Wollte, dass ich sie einfange, habe abgelegt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Okay. Ich wette, im 2020 jetzt auf einem fahlen Feld eine Mazurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Oh, okay. Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja. Sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit Anna Fiedel die ganze Zeit. Du übertreibst. Du übertreibst. Dann stinken sie noch heute. Äh, trinken. Sie trinken noch heute. Und stinken vielleicht ein bisschen. Kleines bisschen. Boah. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren. Ich komm wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Für kleine Drachen. So, so. Ja, ich finde es tatsächlich nicht kalt, aber... Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Das ist wahrscheinlich eine weise Entscheidung. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Was ist das denn? Was ist das für ein Hut? Was ist das für ein Hut? Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Ja. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Ich haare auch manchmal auf meine Arbeit, ja. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Zwitschern von Kindern? Ist gut. Ein Wesi mir reicht uns. Zieh das aus, bevor es kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gips-Corsage. Äh, ja, was Lustiges. Warum nicht? Lass uns doch Monopoly spielen. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Sehr. Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu. Ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Hm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... Und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Okay. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie... Mit einem Succubus geschlafen. Hm. Hat Gerard schon mit einem Succubus geschlafen? Also, während wir ihn steuern? Nicht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht davor schon mal... Der ist ja... Ich weiß nicht. Ich setz mal aus. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er das schon mal gemacht hat. Oh, aber der Herr Eskel. Ja. Na, sieh mal einer an. Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Stille Wasser triefen. Ich schließe total auf Frauen mit Hörnern. Gut. Kann ich nachvollziehen. Gut, jetzt nicht. Ich hab noch nie... Nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Ja, da zieh ich mir einen rein. Saufen und dann in der Unterhose aufwachen. Das ist ja nun nichts Besonderes für so einen echten Hexer. Ja, und Lambert natürlich auch. Gerard. Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du... Was würde Papa Wesimir sagen? Papa Wesimir würde diese Runde auch mitbringen. Also gut, Gerard. Du bist dran. Ich hab noch nie... Äh, ich hab noch nie... Äh, äh, Fistech genommen. Nö, hier. Sprung aus dem Fenster einer Geliebten. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Na? Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgefügelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ach du alter Softie. Ein schöner Freund bist du. Ja, total. Gut, Leute. Lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch rein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ja, stimmt. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Hoffentlich fällt er nicht hin. Der ist auch schon ziemlich voll. Ah, Lambert, du alte Sau. Komm hier, lass dich drücken. Lammert, Kumpel. Ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot. Aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würd mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Kneikopf. Oh, ja. Oh, die Flasche. Ja, ist gut gesurft. Ach so, leger. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Und den Schnaps. Vielleicht gibt's nicht den Schnaps zu suchen. Wo hast du den Hut schon wieder her? Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er im Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer. Auf zur Rettung. Äh, ja. Okay. Dann, äh, mal zur Rettung. Oh, wir sind ein bisschen... Finde Eske mir nicht wieder in einem Hexersinne. Äh, ein bisschen schwankt alles. Woran mag das nur liegen? Eske, klopf, klopf. Da sind Spuren. Hat etwas Wein vergossen. Und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Gekrochen vor allem. Als ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Okay, okay. Wir folgen mal der Spur. Haben wir da noch was in dem Fass drin? Oh, da ist so eine Flasche Schnaps. Die nehmen wir mit. Ah, wo ist der Junge denn hin? Sag mal. Der, wuh. Uh, der ist ja auch ein bisschen hin und her gewankt. Ah, sag mal. Hat er sich hier verlaufen? Eske, du Säufer! Auf Weg zur Küche? Komm nach raus! Eske, Eske, bist du nach draußen? Da ist die Küche aber gar nicht. Eske! Eske! Jetzt wundert mich gar nichts mehr, warum er verschwunden ist. Ja, hier irrt da draußen irgendwo der Wildnis rum. So weit kommt's noch. Mit unserem Schnaps wahrscheinlich. Hey. Ja. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wüverns. Eines Wüvern? Verdammt. Wir haben den Kampf verpasst. Huch. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Was? Nein! Ach, er schnarcht da. Och, mit seiner Ziege. Eske? Mit dem kleinen Meckerfritzen hat er sich hingelegt. Eske, altes Haus. Ist dir nicht kalt? Eske? Eske, wach auf! Hm, wie? Was ist passiert? Er ist vorweggetreten, ey. Es ist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Ja, absolut. Lass mich. Ich muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns mal ein Viertes finden. Besser. Eine Frau. Keine Liebe aussehen. Jennifer sollten wir nicht wecken. Wollen wir lieber nicht aufwecken. Glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megascope an. Laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her. Bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Ja, das klingt wie eine enorm schlechte Idee. Aber. Lambert, du bist ein Genie. Absolut, ja. Und? Laden wir die Loge zu unserer Väter ein? Na, aber hallo. Schäfse, ja. Ruf dich, Schlampen. Hey, da sind keine Schlampen. Das sind Zauberinnen. So, äh, wie benutzt man das? Wie geht das? Ich, boah, keine Ahnung. Weißt du mal die Nummer? Du gehst ein wenig hier, ein wenig da, und dann sagst du was auf Elfisch. Okay. Ist ja easy. Ja, aber was willst du dagegen machen? Mit unseren Visagen. Was? Ähm. Ich glaub, dass mit den Kleidern, ich weiß, weißt du was. Komm, die sind E-Stern-Hagel, voll. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Flüffer. 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 Genau. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Ja, Ehrensache. Na, da bin ich ja mal gespannt. Durchsuche Yennefers Koffer. Das wird ihr mit Sicherheit sehr gefallen. Yennefers Kleid. Ach, girl, keine Angst. Zieh Yennefers Hose an. Na, jetzt, äh, jetzt wird's aber interessant. Äh, äh, wo ist denn Yennefers Hose? Ach, ist sie hier bei aus? Da! Yennefers Kleid. Was war alles? Nur die Hose? Ja, perfekt. Ja, wo ist der Rest? Ja, find ich auch. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ich dachte, Yennefers wäre ein ganzes Ende kleiner. Oh, jetzt, sicher. Das nicht. Pass nicht zu deinem Tarn. Oha. Oha. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr und du bist ein Arschloch. Los, komm schon, ist unbequem. Ihr habt euch echt in die Kleider gequetscht. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmerdeutsch und die Kristalle. Oh, Mann. Ich glaube mir, dass das die richtigen Worte sind. Wer ist das denn? Was ist das? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren nur Meister. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot. Die Lose. Die Lose will mich holen. Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Ja, wir sind Sternhagel voll. Geht jetzt ins Bett. Super. Oh, Mann. Alter. Das war ein kleines bisschen krank. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Am nächsten Morgen. Ach so. Ja, wir schlafen runter auf dem Boden. Ist auch viel bequemer. Wie? Was? Na, toll. Verdammt. Was für ein Traum. Hey, du. Ich glaube, das war kein Traum. Oh. Was? Wir sind ja schon hier. Was? Komm, hoch mit dir. Also hat die Verwandlung nicht funktioniert mit dem Schierling. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Mhm. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Ja, muss man auf Wien lassen. Das ist ein Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Wäse mir. Etwas rausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Oma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders. Hat einen anderen Blick. Aber nur für einen kurzen Moment. Hm. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Omas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll das das helfen? Sei still. Danke, Wese mir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Na, es scheint, als hätten wir keine andere Wahl. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Hm. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Ja, ja, wir alten Leute. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Ja, natürlich. Deiner nicht. Gut. Und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Das ist ja easy. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Ah, ja, das hier gibt Sinn. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Ja, Hauptsache du kommandierst die Leute wieder rum. Finde ich sehr, sehr nice von dir. Sammle die erforderlichen Zutaten und stelle den Kräuterabsud her. Wie bist du also auf diese Maße gekommen? Dann absieden wir mal ein bisschen. Gabelschwanz, Rückenmarksflüssigkeit. Manki-Kor-Säuredrüse. Albino-Bruxer-Zunge. Und den anderen Scheiß auch noch. Stell dir den Kräuterabsud her. Dann absieden wir mal ein wenig. Alchemie. Ja, ich weiß, genau. Äh, Kräuterabsud. Wo haben wir den denn? Wo wäre der denn? Dö, 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 dö. Rot ist ein Möbel. Kräuterabsude. Da sind sie ja. Wird verwendet, um den Mutationsprozess in Gang zu setzen, bei dem ein normaler menschlicher Körperzeit im Hexerkörper wird. Ja, machen wir mal. Auch wenn niemand hier davon wirklich begeistert zu sein scheint, bringt ihr die Tränke zu Yennefer. Und die wollen wir Oma wirklich verabreichen? Ich weiß ja nicht. Elixiere fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklauextrakt. Gegen die Schmerzen. Ich weiß. Hab ich schon mal gemacht. Eskel? Mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt? Setze die Ampullen in die Spender ein. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Äh, okay. Wenn die Reihenfolge egal ist, warum darf ich mich jetzt entscheiden? Muttertränen. Dann verabreichen wir erst mal Muttertränen. Du sagst, die Reihenfolge ist egal. Dann... Das mag ich ja nicht mal ansehen. Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Ja, total. Aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Na gut. Halt, das ist keine gute Idee. Haben wir denn eine Wahl? Haben wir denn eine andere Wahl? Können wir was anderes machen? Ich weiß es nicht. Ah, das tut mir so leid. Ich hatte gehofft, ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Das hatten wir wahrscheinlich alle. Na, Lambert ist angefressen. Nächste Elixier. Nützt ja nix. Oh easy. Käffn. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Schmelzen? Oder kotzen. Eskel, es tut mir leid. Würdest du dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Hm, Kotze. Ich hoffe, das geht alles gut. Ja, erstmal die Kotze aufkotzen. Gut. Äh, Geralt, warum hast du keine Hose an? Kann ich glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen. Geralt, wo ist deine Hose? Die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Würre im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt. Ach, da war ich ja nicht drüber nachdenken. Und ja, Yen weiß tatsächlich, was sie tut. Sie ist, äh, schwierig im Umgang, aber sie ist doch eine mächtige Zauberin. Und ich bin sicher, sie weiß genau, was sie da anstellt. Ich vertraue Yen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut? Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Ja, gut, ich wisch ja schon. Wischi-wisch, wisch, wisch. Einige Stunden später. Alter, wie lange geht denn das? Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Fantastisch. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Hey, Yen. Du döst ein. Einige Stunden später. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlaf. Ja, genau. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Äh, soll ich was vorsingen? Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Okay.